Ah, toll, da wohnt wieder niemand in der Nähe, ist klar. Und ihr seid alle schon ausgebucht, oder wie? Ach, auf einmal wohnen doch Leute in der Nähe. Ja, guck mal einer an. Und da auch, schön. So, monetär gesehen läuft es jetzt doch ordentlich. Export sei Dank. Wir müssen einfach nur Geschirr produzieren, wie die Wahnsinnigen, dann geht das auch. Ach, Moment, da steht ja noch ein Bäumelein. Ah, guck mal, das passt doch wie der Arsch auf den Eimer. Schön. So, dass wir unsere Siedlung später dann noch in diese Richtung erweitern können. So. Dann schauen wir doch mal, dass wir da schon mal ein paar Türme anbringen. Ich glaube, wir drehen das Ganze mal ein wenig. Zack. So, ein Ziebrunnen dahin. Und wir machen hier oben einen kleinen, aber feinen, nennen wir es mal Schleichweg. Oh, Moment, ich hallo, hoho. Shit. Ich habe ganz vergessen, den Weg hier dicht zu machen. So, dann machen wir noch, damit die Patrouillen hier Platz haben, ein bisschen hin und her zu marschieren. Ein bisschen Mauer drumherum. So, da haben ein paar Leute ihr Haus verloren, was natürlich nicht gut ist, aber dann können sie wenigstens da hinten direkt hin und die Türme bemannen. Und das wiederum finde ich ziemlich gut. Oh, shit. Ich habe was vergessen. Ich muss ja, äh, ein bisschen hamstern. Denn Cäsar hat, hat, er wartet ja noch eine Lieferung von uns. Ah, vier Monate haben wir nur noch zur Erfüllung. Shit. Dann hoffe ich mal, dass wir das möglichst schnell noch hinbekommen. So, und, äh, ich will wieder ein paar Waffen haben. Da stelle ich schon mal Export an. So, Leute, bitte macht mal schneller das Geschirr fertig. Und wieder die stürmische See, sodass keine Hände da durchkommen. Schön! Nicht. Aber gut, das Leben ist ja bekanntermaßen kein Ponyhof. Das erste Tümchen ist besetzt. Das ist schon mal gut. So, jetzt bringt doch mal bitte endlich Geschirr ran. Was stimmt denn nicht mit euch? Eins, zwei, drei mehr haben wir aktuell noch nicht. Das ist vier. Sehr schön, einer noch. Dann haben wir die Lieferung für, ja, fertig. Sehr schön. Und gib ihm. So, dann brauchen wir auch nicht mehr hamstern. Und können alles weghauen. So, da kommen wieder ein paar Waffen. Läuft doch! So, wir haben immer noch ein Problem mit Arbeitslosigkeit. Und ich denke, ein Kolosseum könnte da durchaus helfen. Und dafür brauchen wir auch noch ein Löwenhaus. Und damit hier hinten auch mal die Larrys alle Unterhaltung bekommen, kommt es einfach mal hier hin. Machen wir da noch mal Schule hin. Damit auch mal jeder hier ein bisschen Bildung ins Gesicht bekommt. Da eine Bibliothek. Und dann sollten wir mal wieder ein bisschen aufs Geld gucken. Oh, jetzt haben wir aber viel Ton. Meine Fresse. Und wir brauchen mal wieder Angestellte. Lang, lang ist es her, aber es ist tatsächlich soweit. Und hier hinten habe ich mal wieder was Entscheidendes vergessen. So, Türme sind schon mal bemannt. Das ist schon mal sehr gut. So, wie gesagt, es wird jetzt auf jeden Fall noch mal eine Herausforderung herauszufinden, wo die Gegner herkommen. Ich meine, was heißt Herausforderung? Wir werden natürlich sehen, wo sie herkommen. Aber, ähm, hoffen wir mal, dass unsere Taktik aufgeht. Das ist gerade so das andere Problem, vor dem ich stehe. Feinde vor den Toren. Um Jott des Willen. Wie nah sind sie denn? Oh ja, die stehen wirklich vor den Toren. Da ist noch eine andere Armee unterwegs. Ui, ui, ui. Sehr schön, funktionierendes Kolosseum. Hups, jetzt habe ich gepennt. Und wir sind wieder ein bisschen verschuldet. So, mit dem Mampf sieht es gut aus. Da scheinen wir genug zu produzieren. So, deswegen, liebe Händler, Larrys, kommt mal vorbei und kauft mir was ab. Ich werde jetzt mal eben schnell den Import von Waffen ausstellen, damit wir da jetzt nicht noch weiter ins Defizit geraten. Was ist hier? Ach. So, ich weiß, jetzt sind wir ein bisschen weiter ins Defizit geraten, aber ein bisschen wird er wohl noch. So, ich hoffe, wir kriegen das jetzt mit den Schulden hin, weil eigentlich ist der Start doch jetzt relativ solide, möchte ich mal behaupten. Gut, die militärische Anstrengung, da muss noch einiges kommen, aber der Rest, der läuft ja einigermaßen. So, liebe Larrys, kauft mir doch jetzt mal bitte Geschirr und Möbel ab. Danke. Weiter gehen, mehr kaufen. Ja, wir sind wieder positiv. Schönes Ding. So, immerhin haben wir jetzt relativ gute Steuereinnahmen. Das ist schon mal gut. 18 Arbeitslose, das halte ich für eine vertretbare Zahl. Ich würde sagen, wir machen noch eine Möbelwerkstatt und noch eine für Geschirr, damit wir da den Output mal ein bisschen erhöhen. Was? Aufstand? Oh, da ist er. Ja, und sie kommen genau daher, wo ich es prognostiziert hatte. Ja, den Aufstand, den kriegen wir auf jeden Fall sehr schnell klein. Ja, das sollten wir ohne weiteres schaffen. Aber dann weiß ich auf jeden Fall, wo ich schon mal bald eine, wie wir das so, ich nenne es mal Artillerie-Siedlung, hinballern werde. Ja, dann kommt mal schön her. Sehr schön. Alle besiegt, wunderbar. So, ihr dann auch zurück. Goodie, da wissen wir ja schon mal Bescheid, wo die erste Rutsche an Gegnern herkam. Upsa, entschuldigt, ich wollte eigentlich nur die Straße weiterbauen. Sorry, Jungs. Nicht, dass ich eure Marschroute hier durcheinander hauen wollte. Also, ich muss sagen, bisher scheint es ja doch ganz gut zu laufen, aber das Holz wird langsam knapp, deswegen würde ich sagen, kommt hier noch ein Sägewerk hin. So, keine Arbeitslosen, das ist schon mal soweit ganz gut. Produktion kommen wir mit allem einigermaßen hinterher. Erst recht mit dem Ton. Ich mach schon mal hier einen Weg, falls wir hier noch weitere, oder was jetzt falls, ich mein, so viel Ton, wie wir gerade haben, sollten wir echt noch ein paar Geschirrwerkständen, Manufakturen hier aufbauen. Und wir brauchen mal wieder Angestellte. Wey! Mal so zur Abwechslung. Was fehlt hier? Badehaus. Oh ja. Warte, ich brauch mal kurz die Spezialkarte für das Wasser. Wie weit gehen denn die Rohre? Eins, zwei, drei, vier. Perfekt. Wobei, wartet mal, dann grenzen wir das doch mal direkt ein. So, dann wissen wir, dass wir da nämlich überall Häuser bauen können, die auch schon mit Wasser versorgt sind. So, es läuft monetär sehr gut, dadurch, dass wir alles einfach raushauen, wie die Wahnsinnigen, und dass wir dadurch, dass wir halt sehr viel Geschirr produzieren. Finde ich schon mal super. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das mit der Mauer machen. Ich möchte mir nicht zu viel Farmland wegnehmen, deswegen baue ich die mal ein paar Meter weiter weg. Wobei, wir können, ihr wisst ja, was wir machen jetzt erstmal, ähm, hier unsere, nennen wir es mal Artilleriestellung. Wobei, ja, eigentlich, passt genau der Begriff nicht, da eine Artillerie darauf abzielt, von möglichst weit weg zu schießen, und wir hier direkt dran sind. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Vorgeschobene Außenpost. Ich glaube, das passt noch ein bisschen besser. Warte mal erstmal hier schnell ein paar Leute hin. Zack. Ganz wichtig, Präfektur und Ingenieursposten dürfen nicht fehlen. So, dann machen wir jetzt erstmal einen Weg hier hoch, würde ich sagen. Und da kommt dann schon mal ein Wachzimmer hin. Damit wir uns daran orientieren, für den Bau der Mauer. So. Ich grenze das nur schon mal ein, damit wir, weil dann, ne? Was haben wir? Was haben wir? Was haben wir hier so eine Lücke drin? Ach ne, der ist zu. Gott sei Dank. Ich wollte schon sagen. Feinde vor den Toren. Dann bin ich mal gespannt. Ah, vielleicht. Ich reiße das mal ganz kurz ab. Und versetze es mal ein Feld weiter nach links. Denn dann haben wir hier nämlich noch einen Durchgang. Der könnte sich, glaube ich, für noch als sützigerweise, wenn wir zum Beispiel hier später ein Silo hinmachen. Was ist denn da los? Zu wenig Unterhaltung. Hallo? Ach, weil der jetzt hier rumrennt, ne? Dann machen wir doch einfach mal hier eine Kützlerkolonie hin. Vielleicht so ein bisschen? So, da wir da soweit alles haben, wird es Zeit für neue Trüppchen. Oh, Roms Feinde stehen an den Grenzen der Stadt. Sie werden wohl bald mal auf einen Kelchwein hereinschauen oder auch auf einen, zwei oder drei oder was immer ihnen gerade in den Sinn kommt. Ach, da sind sie schon. Oh, die ist noch von da hin. Ja, ich habe es mir schon gedacht. Aber es wird ja scheinbar schon fleißig geballert. Wer schießt denn da bitte?